Jetzt sind die anderen aber richtig am Boden. Ja, und zu Recht, da kassieren sie das nächste Ding, stehen wieder nur dabei, also kann man nicht gewinnen. Ja, wir sehen hier, dass der Posten durchaus mitspielt, aber am Ende ist egal, der Ball ist im Platz. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Vielen Dank.